Die Planar-Objektivreihe 0,755 mm und 0,735 mm zählt immer noch zu den lichtstärksten der Welt. Sie bot viele Einsatzgebiete, nicht nur für die Mondfotografie. Zahlen bitte! Jeden Dienstag neu bei heise online. 0,7 – Licht für die NASA und für Stanley Kubrick. Geschrieben von Thilo Gockel, gelesen von Isabel Grünewald. Die krumme Zahl 0,7 steht für die Lichtstärke der legendären Planar-Objektivreihe, zum einen mit einer Brennweite von 50 mm und zum anderen mit 35 mm Brennweite, die die Firma Zeiss in den 60er Jahren für die NASA gebaut hat. Diese Objektive zählen noch immer zu den lichtstärksten der Welt. Zehn Stück wurden damals gefertigt, wovon sieben an die NASA gingen und drei an den Regisseur Stanley Kubrick. Das Planar wurde damals speziell für die Apollo-Mondlandung entwickelt, taugte aber natürlich auch für andere fotografische Sujets. Die NASA benötigte ein extrem lichtstarkes Objektiv, um die dunkle, sonnenabgewandte Seite des Mondes zu fotografieren. Die Lichtstärke war notwendig, um auch bei geringstem Umgebungslicht noch Details aufnehmen zu können. Dazu wurden die Planar mit einer Brennweite von 50 mm und einer Lichtstärke von 0,7 auf Hasselblatt-Kameras montiert. Geld spielte bei der NASA damals keine Rolle. Kubrick nutzte es im Jahr 1975 für seinen Kostümfilm Barry Lyndon, in dem eine weiträumige Szene unter Kerzenlicht vorkam. Dazu rüstete eine Spezialfirma die Kubrick-Objektive um, damit sie zu den Filmkameras Mitchell BNC 35 mm kompatibel waren. Dank der weitoffenen Blende konnte er die besondere Rokoko-Stimmung ganz ohne zusätzliche Leuchten einfangen. Wenn aber berühmte Filmregisseure NASA-Objektive verwenden, wenn sich also die Superlative die Hand geben, dann sind natürlich die Verschwörungstheoretiker nicht weit. So wurde die wilde Story von der angeblich gefälschten Mondlandung zumindest für manche noch plausibler, indem man die Objektive einfach zur Verschwörungstheorie hinzugedichtet hat. Kubrick sei also derjenige gewesen, der die Landung im Studio gefilmt habe und dafür dann als Lohn die NASA 07er bekommen habe. Weitere Ergänzungen der Geschichte über die gefälschte Mondlandung betonen dann aber, dass die NASA Kubrick ausgesucht habe, da er nur an Originalschauplätzen drehte. Aber genug solch absurder Geschichten. Beschäftigen wir uns etwas mit den technischen Hintergründen. Dabei ist beim Begriff Lichtstärke zuerst einmal ein wenig Vorsicht geboten. Der Begriff wird von der Physik im Deutschen zweifach verwendet. Einmal als fotografische Lichtstärke, einmal als fotometrische Lichtstärke, die als Lichtstrom die Eigenschaften einer Lichtquelle beschreibt und in Kandela angegeben wird. Wir beschäftigen uns mit der Deutung als fotografische Lichtstärke, die das größtmögliche Öffnungsverhältnis meint. Es ist gleichbedeutend dem Kehrwert der kleinstmöglichen Blendenzahl. Fotografen lieben lichtstarke Linsen mit Öffnungsverhältnissen wie 1 zu 1,4 oder 1 zu 1,2. Nicht nur wird damit auch das Fotografieren in der Dämmerung problemlos möglich, darüber hinaus bieten solche Objektive, dank der extrem geringen Schärfentiefe, erstaunliche kreative Möglichkeiten. Einfach kommerziell käuflich und zumindest im Vergleich zu den NASA-Boliden auch noch erschwinglich, ist aktuell die Lichtstärke 0,95. Firmen wie Leica oder Metacon bieten sie bei ihren lichtstärksten 50er-Objektiven für Vollformat an. Der Weltrekordhalter unter den kommerziellen Lichtriesen ist aktuell die Firma eBelux, die für das halb so große APS-C-Format eine Festbrennweite von 40 Millimetern und Lichtstärke 0,85 entwickelt hat. Aber das geht doch gar nicht, ist ein scheinbar berechtigter Einwand. Das sind dann ja Linsen, die mehr als 1,0, mehr als 100 Prozent liefern. Linsen, die quasi zusätzliches Licht generieren. Aber das ist ein Missverständnis. Die Lichtstärke ist keineswegs eine Prozentzahl für die Lichtdurchlässigkeit mit 1,0 für 100 Prozent. Vielmehr ist sie definiert als Bruch aus Brennweite und Durchmesser der Eintrittspupille. Die Eintrittspupille ist die beim Blick ins Objektiv sichtbare Blendenöffnung. Aufgrund der sogenannten abischen Sinusbedingung sind Linsenkonstruktionen aus Glas nach unten nicht mit 1,0, sondern mit 0,5 in der Lichtstärke limitiert. Einfach formuliert ist die Lichtstärke die weitestmögliche Blende und die Blende ist schlicht die Blendenöffnung unter Einbezug der Brennweite. Der Einbezug der Brennweite erscheint dubios, ist aber notwendig, um den Öffnungswinkel oder Bildwinkel, also die generelle Fähigkeit des Objektivs, zum Lichtsammeln außen vorzulassen. Brennweite und Öffnungswinkel hängen zusammen. Nach all der trockenen Theorie noch ein Praxistipp, falls Sie auch einmal versucht sind, Fotos nur mit Kerzenlicht aufzunehmen. Für Kubrick war das in den 70er Jahren knifflig, weil er analog auf Chemiefilm aufzeichnen musste. Hier war die Filmempfindlichkeit gerade beim Farbfilm doch sehr begrenzt. Mittlerweile sind die Kameras aber dank der Digitaltechnik sehr viel empfindlicher geworden. Problematischer ist tatsächlich eher der ausgeprägte Orange-Rot-Stich solcher Fotos, denn Kerzenlicht weist eine Farbtemperatur von rund 2000 Kelvin auf. Zum Vergleich hat unsere Mittagssonne immerhin 5500 Kelvin. Aber auch dieses Problem bekommt man mit moderner Technik über den Kniff des Weißabgleichs rasch in den Griff. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Zahlen bitte! Jeden Dienstag neu bei heise online.